Hallo und herzlich willkommen bei koch mal schnell. Heute möchte ich euch meine Mozzarella Fladenbrot Pizza vorstellen und die mache ich mal wieder im Ninia Foodi Grill. Könnt ihr in jedem anderen Heißluft Fryer auch machen, in jeder anderen Heißluft Fritteuse. Prima auch zur Resteverwertung. Schaut es euch an, ich hoffe es gefällt euch. Alles was ich brauche habe ich wieder rausgelegt. Hier für diese kleine Fladenbrot Pizza brauche ich ein Viertel Fladenbrot, eine Kugel Mozzarella, ein paar Kirschtomaten, Kochschinken, außerdem zum Garnieren Frühlingszwiebel, Tomatensauce, gerne auch mit Kräutern schon, italienische Kräuter und Pizzagewürz. Da können wir auch schon loslegen. Zunächst schneide ich den Kochschinken in nicht zu kleine Würfel, einfach einmal längst in Streifen und dann in Würfel. Die Größe ist euch überlassen. Dann nehme ich meine Tomaten hier und schneide die ein, zweimal durch, je nachdem wie groß die sind. Kleiner soll es nicht sein, ich will sie noch sehen nachher. Und wenn ich die Tomaten bearbeitet habe, dann würfel ich den Mozzarella auch nicht in so ganz kleine Würfel, ruhig ein bisschen größer, damit man ihn hinterher noch sieht. Und als letztes nehme ich mein Viertel Fladenbrot hier und halbiere das einmal, möglichst in der Mitte, damit ihr zwei gleich dicke Scheiben kriegt. Und in den Airfeuerkorb jetzt hier lege ich das Fladenbrot so rein, dass die Spitzen jeweils nach außen zeigen. Dann kriegt ihr nämlich beide halbe Viertel sozusagen in den Airfeuerkorb. Und jetzt bestreiche ich als erstes meine beiden Fladenbrothälften mit der Tomatensauce. Anschließend gebe ich den Kochschinken auf die Fladenbrothälften. Dann kommen nach dem Kochschinken die Tomaten. Dann würze ich zwischendurch mit dem Pizzagewürz. Und da verwende ich auch alles. Das soll ruhig ein bisschen kräftiger gewürzt sein. Und dann nehme ich so die Hälfte der italienischen Kräuter. Die gebe ich auch noch darüber. Und als letztes kommt das kommt noch der Mozzarella auf die Fladenbrothälften. Wenn ihr den Mozzarella verteilt habt, dann sieht das so aus. Und jetzt könnt ihr zwischendurch noch die Frühlingszwiebeln in Röllchen schneiden. Und dann geht es auch schon an Airfreier. Die Ninja vorheizen hier. Airfreistufe 180 Grad. Und wenn der Ninja sich gemeldet hat, wenn der Ninja vorgeheizt ist, dann geht es weiter. Denkt bitte daran, tragt Handschuhe. Das Gerät ist innen wirklich heiß. Also bitte immer nur mit Handschuhen arbeiten jetzt hier. Und jetzt gebe ich in den vorgeheizten Ninja meinen Airfreierkorb mit den Fladenbrothälften und überbacke das Ganze. Und zwar 10 Minuten. Bei den 180 Grad. Das reicht. Und dann können wir auch schon gucken, ob es geklappt hat. Ich habe jetzt hier meine leckeren Fladenbrotpizzen rausgenommen. Jetzt bestreue ich sie noch mit dem Rest italienischer Kräuter. Und gebe jetzt hier noch zur Garnitur die Frühlingszwiebel oben drüber. Und es riecht ganz lecker. Es ist wundervoll kross. Sieht gut aus, oder? Also ich glaube, meine Fladenbrotpizza aus dem Ninja Foodi Grill hat funktioniert. Wer es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.